Let's play Rust together! Folge 8 Hallöchen Leute und Willkommen zurück zu Rust! Ja, wir campen hier immer noch in der Butze an unserem Lagerfeuer mit dabei natürlich wieder Steven Hallo! Der kribblige Nexttrap Nanananana Der Markai Und wo ist der Onkel? Da ist der Onkel! Back zusammen! Ein neuer Morgen! Ich hoffe er beginnt nicht mit Sorgen und ja, wir müssen auch hier weiter Licht aus Lagerfeuer, Holz mitnehmen Na dann, mein Arsch ist gewärmt Die Kohle nehme ich auch mit und wir müssen zur Factory Da gibt es ganz viele Ressourcen Hi, Hautfült! So, mal gucken ob hier Ich hole das Tierchen da oben Geil, dass man in der Bolt so weit schießen kann Oh ja! Geil! Ja, auf Tiere ist es auf jeden Fall noch einfacher Aber wenn du so flinke Feinde hast, ist es schwer Wo rennst du eigentlich nur mit Fackel rum? Weil es ist immer noch ein bisschen dunkel Voll! Ja, hier oben geht schon Die könntest du wieder wegpacken Ich hole mal mein Bogen raus! So, Papierbrau-Rünen! Oh! Die ist auch nicht! Oh! Rennt! Oh nein! 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 Oh, ich bin sorry! Das war ich! Toll! Witz und Medikett! Guck mal, das ist ein volles geile Verlängerung! Seht ihr das? Äh, ich hab noch zwei Medikett übrig Ich hab vorhin drei gefunden Der braucht nur Medikett, ich hab zwei in Reserve Ich hab gefunden Ne, das ist ja gut, Steven hat schon So, dann lass mal weiter Es liegt mir momentan nur das Inventar voll Okay Ich mach's mal her weg, wenn's dann zuvoll ist Oh, ein Volk auf dem Feld Oh, ein Volk auf dem Feld Wer verschwindet? Wer verschwindet? Oh Gott, oh Gott, Leute Ihr geht auch ab Ist das noch einer? Das ist ressourcen, ich musste nur ressourcen Boah, das ist so ein Teufels-Flex-Eck Guck, drei Ich hab die Links, drei Stück, rechts Ich muss sagen, was bedeutet Das ist das Stone Edge Nö, egal Das musst du ja zerstören Was willst du? Satanisten Ne, was? Satanisten? Okultisten Unreihegeglauben Da alt ist das Gleiche So, hat hier dann Steine, hol ich bitte da hin Oh, jetzt wird er sehr rattig Oh, oh, oh Ich stehe da dran Ich will das Rappen nach einmal abtreiben Ich glaub, hier sind nicht genug Steine für jeden Oh, oder dreimal Holz Oh Oh, ja Oh, schön Oh, nein Oh, voll ki das sind dann recht an der straßen wird von der Faktorin nun muss er ein bisschen wie in der Ratte ich jetzt k k aber zum Beispiel der Arbeitsunfall der der die Leute ganz ruhig jetzt hast du wieder Platz im Inventar jetzt kannst du das Medikett mit Das gibt's hier schön. Na gut, okay. Du warst nicht dabei, als ich das gesagt hab. So, ich hol mal einen M4 jetzt. Boah, der hat ja so drei Research-Kids. Der war dir schon da drin. Habt ihr schon gelootet, das Haus? Den Typen gelootet habe. Der hat sogar vier Research-Kids. So, Waffen-Kiste und... Na ja. Oh, so drittig. Zu viele Sachen. Nehmen wir mal mit. Oh. Oh, ich hab 700 Wettbewerb. Oh, ich hab nur Müll. Oh, ich geh mal zur Scheune. Scheune ist nix. Seid ihr noch drin? Ich komm zur Scheune. Wir können ja hinten die Bunker nochmal abchecken hinter der Scheune. Na, na. Achtung, Achtung. Eine wichtige Durchsage. Etapp bin Follower. Okay. Ist n... Kumpel. Okay. Na, was ist hier drin? Müll. Alter. Hier ist wer? Aha, bin voll handigiert. Mit anderen Leuten. Wo stehst du denn, Onkel? Ne, ich bin fast zu Hause. Bis wir nach Hause gelaufen sind. Ich hab keine Redpillen. Ich kann da eh nicht überlegen. Aber was jetzt ich sag, ich will diejenigen. Du genug Redpillen. Ich hab auch noch 28. Ich werd mit meinen neuen Angegenpillen. Na, das war's ja auch schon wieder in der Ecke, ne? Nö. Nö. Hinten durch können wir, also der Straßenfolgen kommen wir auch noch in den Gebieten mit vielen Ressourcen. Die wir die Sachen immer rausnehmen, ins Eventual, und dann rausschmeißen, wenn sie unnützt sind, weil sonst spawnen die Kisten nicht nach. Ach so, okay. Wollen wir mal am Strand entlang gucken, ob da jemand gebaut hat? Ne, das ist gerade. Haben doch mal unsere Freunde gebaut, oder nicht? Oder war das auf einem anderen Server? Ja, das war ein anderer Server. Meinst du Lillefurt und seine Gang, oder was? Ja. Oha, oh man, ey. Weil so wirklich, äh, ich hab so wirklich uns umgeguckt, wo die ganzen, äh, Leute ihre Häuser haben, aber das ist noch nicht so wirklich, ne? Ne, aber lass mal die Straße Richtung, äh, Big Red Town mal rennen. Jo. Ich hab da auch noch ein paar Scheuen. Wo seid denn hier? Und die Straße, oder? Ja. Okay, warte dann mal. Okay. Sorry. Aber zum Fall ist weiter. Ja. Den Wald ist noch ein Stein, den schnapp ich mir auch noch an der Straße. Links. Bei den roten Tieren bin ich. Oh, ich auch gleich. Ja. Aber aufm Weg. Also später ist noch nicht nur die Schüsse. Aber diese Gelder-Sachen? Leder-Sachen brauchen wir auch nicht mehr, oder? Ja. Alles wird hier aber nur noch zerfleischt. So soll's auch sein. Ich hab sechs Research-Kits in den da ... Ach toll, vier von diesen Drücken. Jetzt haben wir gar keine und jetzt haben wir zu viele, oder was? Am wohl zu viele kann man nicht haben. Was ist los, warum nehmen die das ... Ah, jetzt kam ich hinzu. Oh, 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 mein Keflay-Jagg ist kaputt. Schrank nicht, wer die kaputt geschossen hat. Das war ein Arbeitsunfall. Was war das? Das sind nackter. Lass ihn. Das war so klar. Oh, da war das ewig mit der Spitzhacke. Egal, den Bogen brauche ich jetzt eigentlich schon nicht mehr. Wir haben so viel Muni. Steven's Platz zwei unter den Banditen. Oh. Mit 5600 Karma. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Ich kann bloß damit rechnen, dass alle dich irgendwann dann jagen. Warum? Weil du ein Bandit bist. Und ein Mörder. Ja. Ja, was machen sie nicht. Doch, die haben zu sagen, ich hab zu viel Angst verfolgt. Large Storage. Vollverpack die Scheiß hier. Ja, ich hab grad den Wiesertschkid aufgenommen. Wie ist es mir denn noch? Wie schleicht da auch noch mal so eine Bude rum? Hab ich das fallen lassen, ich Idiot? Na, ich glaub irgendwo die Straße runterliegen, wie es jetzt gibt noch. Ja, ist egal. Wir haben hier genug. Wir haben genug. Ich hab noch weiter rennen. Oder wir rennen hinten über die Wiese zur... zur... äh, hier. Kleinfekt... Red Town. Genau, kann man auch machen. Weil hier in der Wiese... Das ist so viel. Ich geh hier mal links abholzen, dann könnt ihr ja rechts nach... Ich geh schon mal nach rechts dann. Ich renne gerade aus. Ich renne auch gerade aus. Ja, das meinte ich mit rechts. Ich renne dann links, da ein bisschen, ein Stück weiter links zu dem Felsen. Dann geh ich aufs Holz, weil... im Felsen hab ich noch den einen abgebaut. Jo. Sooo... Oh, Tierchen. Glaub ich mal. Ja, nice. Oh, da ist ein Häuschen, wie ich da seh. Wo ist ein Häuschen? Dann ein bisschen weiter links. Schokolade, die pfeif ich mir doch gleich mal rein. So, meine gute Idee. So, ich geh mal zu den Stein nach rechts. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Like a chicken breast. Brutale, ey. Oh, da hinten sind auch hinten sind auch noch Zeug, oder? Wo sind Wunen? Ach, da. Da wie, der Chip... Ich geh mal weiter nach links, retten wir mal nicht weg, weil ich hab' hier noch mal 10... Ich hab' da mit dem Bumbe draufgeschossen, dass ich nicht so richtig geliehen, von dem Hut. Nr Hörst du ruhig weg? Alter Irgendwann geh ich mal noch mit Granaten auf Hasenjagd hier Jo Ah, die Granaten? Wie ist die? Die Jagd die mit Zipir in die Luft? Na, musst du erst mal ranpappen Hörlich Oh, extra Metall aus und dem Hasen rum Oh, jemand fragt einen nach dir, Stevie Wir können ja auch Kopfgeld mal aussetzen auf bestimmte Leute Hast du, was geht auch? Ich würde einfach reinschreiben So, ähm, sollen wir uns mal drachen wieder? Auf der Wiese Achso, ihr seid schon hoch, oder? Da rechts Ich bin jetzt hier auf Vorm Hügel stehe ich Richtung Small Red Town Okay, okay Halt, ich hab ein Hütchen gehört Komm da gerade Ja, der war rechts von mir Dings von mir Ja, ich gucke jetzt gerade Wo der Rasen umknickt Hühnchen 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 kommen Komm raus Also ich bewege mich jetzt mal auf diese Scheune hierzu Egal, ich gucke mir den Hirsch Hühnchen Leute auf die falsche Fährte Irgendwann machen wir das Dann lege ich mich auf die Legen wir uns alle mit der Dings auf Auf der Lauer Mit der Boat Action Mit der Boat Action Ja, mit der Boat Action Und dann locken wir Leute irgendwo hin Und dann machen wir Ja Ja Ja, wie gesagt Bin fort stalking jetzt auch ein bisschen sehr hinterher, oder? Hä? Bin fort Der Onkel Stalker Die ganze Zeit Wer schießt so leicht? Ich Oder ich darf dich bestichen Ich bleib bei Onkel Bis der Onkel böse wird Dann willst du da nicht mehr bleiben Nala Wer hat denn hier sich Zeit gemacht? Wer hat denn da nen Turm gebaut? Der weiß mal, wer ist schon? Der geht schon lange Wer hat denn den gebaut? Keine Ahnung Da ist doch, glaube ich, äh Der auch noch, glaube ich, so ein Gatter außenrum So, hier vorne war auch immer so ein Häuschen gewesen, ich schau mal Ach ja, stimmt, da können wir auch noch mal gucken Haben wir jetzt Explosion? Können wir hier heute auch strengen? Ja, theoretisch schon Wollen wir machen oder was? Mir egal Also dabei nicht Oder Onkel kommt schnell her und bringt uns was Was? Sehe ich hier aus? Die McDrive hier oder sowas? Oh, Mensch Wir sind bei McBomb Bitte bringen uns mal schnell ein bisschen Spaß Wir sind auf jeden Fall Kisten drinne Hoh mal einen Stein hier weg beim Häuschen Gehen wir auch mal wieder näher an das Häuschen ran? Nein Haben doch schon angeklopft mit eurer Axt, oder? Da kannst du nur auf dem Hoffen auf dem Holzzaun, äh So wie er auf der Nacktraum? Doch nicht etwa die Bewohner Hallo, grüßt sie und hallo Ist hier jemand zuhause? Servus, grüßt die Na Na komm, mach die Tür auf, mir ist ein Meer Okay So, ich geh mal nach Small Raton rein, falls ihr nicht da schon seid Nö, aber wir kommen mal mit Über die Wiese, ne Grrrr Hurr zu Hause Unkel komm doch mal raus Und gib ihm mal ein Autogramm Ritz ihn jetzt in sein Fleisch Schlau die Pumpe durch und dann Oh! Feuer frei! Was denn hier? I can trust, oder was? Sieht mir irgendwie so aus wie von den Hanks. Ich seh da unten ein. Ja, da ist es, das sind die Hanks. Definitiv. Feuer eröffnet. Ne, die Hanks haben Wannes hier Häuschen. Boah, ich hab ihn getroffen. Wer ist das, er hat Red Klamotten, jetzt wird er verfolgt, es sind zwei. Headshot. Keule. Ach Hanks, ach Hanks, oh sorry, oh hallo, alles gut, alles gut. Ey, sorry. Das sind die Hanks, das sind die Hanks. Oh, ups. Oh, ups. Oh, ups. Ist das euer Tor hier, ja? Ach so, gut zu wissen. Okay, alles klar. Ich hasse es, wenn ich im Holz so die Türen so verpackt bin. Ich komme mir an die Kiste rein, weil ich die Türen komme. Irgendwie zuckt mein Finger schon wieder. Hallo. Nicht bei Ihnen, nicht bei Ihnen, kaum. Wir haben ja schon auf einen anderen Server gehabt. Aber er kann es aber nicht sein lassen, er kommt noch mal wieder mit. Ja, wir haben ihn doch eingeladen. Der hat gegen das Haus geboxt, bis die Tür aufgemacht und ist dann reingerannt, aber alle anderen waren zu und haben ihn abgeknallt. Ja, das ist richtig so. So, hier sind wir wieder. Komm, Stevie. Bis später, Henkel. Der hat mit dem hübschen Loot hier. Oder? Komm, sein Laserbehalt kann er behalten, nur die Munition nicht. Soll ich euch mal das Haus von den Hanks mal zeigen? So, mit dem Schrägdach. Ähm, weiß grad nicht so genau. Das haben, glaub ich, mehrere Leute. Das war's. Die restlichen Kisten hab ich schon. Auch oben, ja. Ja. Genau, hier rechts ist das Haus nachher. Ach so. Ach das da. Äh, nicht dieser Turm hier. Ach so, ja, dann ist das mit dem Schrägdach da hinten, ja. Ach so, genau. Das kann gut sein. Und sind mittlerweile Fenster drin? Ne, Gitter fehlen immer noch. Doch. Wir sind da. Man muss noch mehr. So ne richtige Prunkvilla, ja. Aber da drüber, die sind nicht da. Ne, ne, ich seh hier also oben. Warte mal, ich geh auf dem Felsen. Kann nur sein, dass es erst nachspawnt. Ja, ganz sehr weit, ich schlafe, ich schlafe zurück und ich seh die Gitter noch ewig. Das sind definitiv keine Gitter drin oben. Rieser und Hütte, ich hab mal, ist die um zu? Ja, nein. Ja, was hast du? Komm mal? Ja, mit halte. Okay. Wie viel Holz kriegen wir denn zusammen? Ich habe ein bisschen mehr als ein Stack, ein Stack und 33. Ich hab auch einen ganzen Stack und nochmal 120. Aber ich hab auch fast zwei Stacks. Lass erstmal hier weitergehen. Hm, so viel Stock, weil wir sinds ja nicht. Ja, ja, okay. Dann zurück zur Straße, dann zu Korb und dann nach Hause. Alles klar. Äh, hier war die, die Berge ist aber Kötter. Ich wollte die roten Tiere noch mitnehmen. Ach so, okay. Ja, dann nehmen wir die. Bisschen Platz habe ich noch. Ich auch. Ja, ich auch. So, ich war nur noch Platz machen. Ein Fläschleitmotz wegschmeißen. Weil einer von euch noch kein volles Stickholz hat, kann ich auch nochmal 3-3 abgeben. Ja. Ja. Oh, ich hab noch mal 8-18er. Hast bei mir auch noch rein. Hast bei mir auch noch rein. Hast auch noch bei mir rein. Ein Stein. Dann hau rein und ich schnapp mir die Tür. Steh mal. Steh mal. Steh mal. Steh mal. Ich und Steven holen uns das Stein. Ihr beiden die Tiere? Jetzt mal. Ja. Gut bist du? Ja. 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 Meine Sorge brauche es nicht draufschießen. Na ja, war nah an dir dann. Ja, ja, das war noch. Noch genug Platz. Ach nee, ne Käflerwes blühen. Ich darf mal wieder was lernen. Ist ja gut, meine Käflerwes ist ja ein Hüger. Das war's, ne? Ich nehme die nochmal auszitiere. Ich geh in Richtung. Hm, ressourcen da hinten nochmal in die Ecke. Aber ne, die haben wir alles. Ah, ne, ne ist hier. Können zurückbekommen? Ja. Hier soll es. Anders zu sehen. Warum bin ich denn in dieser Zeit eigentlich wissen, wo wir sind? Vielleicht möchte er uns ja mal begrüßen. Ein paar Kugels. Ja. Ja, das war's. Vielleicht will er sich aber auch nur von euch schießwütigen Leuten fernhalten. Schau, wir sind überall. Wir sind gerade aufgeteilt. Nein, wir sind der Cavalli. Da kann er lange suchen. Wir sind Omener. Da war fast so eine Korbe. Ja, da war's. Das war's. Was ist das? Da war's. Oh, wir sind ein bisschen hinterher. Oh, er will dein Blut ziehen. Oh, ne, 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 ich sah aus. Das ist ein kleiner Vampir. Was will der denn von mir hier? Da war's. Da war's mit dunkel, da. Wage in line. Das sucht nun so aus. Ich schieß nur, ich füte nicht. Außer den letzten jetzt hier. Äh, Skiv, die hat ja Steine und so abgemacht, ne? Ja. Kannst du das mal nehmen? Das gilt mir total das Inventar zu. Der hier. Mit knapp. Na, ich bin noch. Warte, holen wir den einen. Wer benutzt? Der hier- Der hier, der hier- Der hier- Der hier- Der hier- Der hier- Der hier, der Steine. stein ja meinungsvoll und normale stones die Bomber nicht von den Namen so viel über die Hütten auch so und schnellen sich Ressourcen und ja so wird es auch noch längst wird längst voll am Grenz kommen noch mal meine großen Mann eine richtig schöne große Tour ich hole mir die Türchen ich hole mir die Steine da war noch Holz da und und zwar standen uns doch noch holz und ihre meine Ecke bei der ist die sie ist aber um es kommt so vor ganz weit hinten das mag wir sind schon zu weit wo um irgendwann ganz heimlich mal irgendwo ein paar kleine Metallhäuschen bauen ganz heimlich das keine Mitglied nie kriegt doch keiner mit spätestens in den Haufen noch nicht mal die, die das mit dir gucken nee, die kriegen das noch nicht mit die sehen das nicht die machen die Augen zu, sind dabei hoffe ich doch mal, oder Leute? ja, macht die Augen zu, das weiß ich ich hab ja nichts gesehen ich hab ja nichts gesehen wir vertrauen auf euch jetzt habe ich bei der Runde jetzt Kevlar Weste und Hosen gelernt wir brauchen noch die Weste in Köln um ja, Rohstoffe, da müssen wir ein gut Stück weit weg laufen jetzt noch und da noch wie so läuft der nach hinten keine Ahnung, wenn die das von machen wollen, wir können auch hier drüber einfach sein wieso schon bei uns so aus? was los? ah, verpiss euch, alter boah, Mann, Alter die Ration ist jetzt, oder was? die Ration ist jetzt, oder was? boah, ja die von Roma abschießen nur unsere Band ist weg wie unsere Wand ist weg ja, wir sind die einzigen, sie sich hier haben bei einem in Forte hat mir erzählt, dass wir ihm auch die Wand wiederhauen haben im undesten Stopp weg wenn wir das nicht machen Waffen durchleiten das ist schon wieder abgehauen wo haben die die Wand kaputt gemacht? nö, wir haben noch ja da noch alles das sehe ich nix, ich ging jetzt einmal, kommt schon eine neue drin das so das war der BIN vor der der gerannt ist wo war denn die Wand weg? im Lootraum? da wohl wo nix ist und so nicht so tragisch hören und türen ja schon wieder ein bogen fliegen oh ja und erst neben mir eingeschlagen ich gehe wieder rein der war knapp so wo ist ein dave im moment ich hole gerade die tiere noch hier hinten der will erger so ich hole schon mal explosive runter ja könnt ihr erstmal schnell researchen hallo was ist denn hier los ist leck aller fuck aller ist leck hey wer ist denn das? pinford feiert schon wieder bogen party sooo äh onkel ich hab hier was für dich sooo kannst du mal researchen, hier explosive oh ich muss irgendwas weggeschmeißen, bandagen brauchen wir nicht oder? bandagen haben wir eine ganze Kiste voll also eine halbe große äh was kann ich noch weggeschmeißen keine brauchen wir auch nicht, hab da gesagt ne besten brauchen wir auch nicht oder? ne erstmal brauchen wir auch noch was wir gewöhnt ach egal ich bring die sachen erstmal heim wird sowieso dunkel jo bitte so makai du auch explosive nähern ja ja gib mir grad beides, ich hab zwei mehr ich hab zwei oh jetzt der Ashes ist noch dabei okay brauche ich mir noch das äh komm hier das ist das charge brauche ich noch ey rein hier rein hier explosive charge warte da äh äh das hat irgendjemand von euch noch explosive charge kann ich grad hier nicht rumfliegen ganz nur Kraft wo ist der Hammel alter so steven wo bist du? ich bin hier unten vor unserer Kiste jo dann komm ich mal also ich brauch das jetzt nicht unbedingt das geworden ne ich brauch das auch nicht unbedingt aber wenn ich's hab dann ja ja kann so wie so schön ich bin ja hier wir haben grad so viele research-cats geholt so das lass ich mal so wenn ihr jetzt das explosive ah wenn ihr jetzt das explosive haften dann möchte ich auch smart charge haben ich wäre das erste mal ja das kriegst du noch naja ist ja da ist ja ist ja alles am Start wo bist du? ich bin vorne vom Surveyor echt? jo achso die blueprints wooo 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 die pack ich unten in die Kiste oder? die brauchen wir hier oben nicht ich glaub die braucht kein mensch und den grad weg holen boah ich komm gar nicht gleich ob so viele Türen ok jetzt leute ich immer die Fackel raus ich glaub es ist schon dunkel so achso die war schon so man hat's bloß nicht gehört man hat's bloß nicht gehört so achso die war schon so oh das wird ne lange Folge jep jep deswegen gehen wir doch mal in den Eilen genau also so vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüssi 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 tschüssi